Einen wunderschönen guten Tag, jetzt willkommen in der zweiten Folge von Super Mario Bros. Wonder. Wir müssen hier mit unseren Wundersamen das Haus befreien. Weg mit der blöden Pflanze. Super. Abzeichenhaus der Röhrenfelsenwiese. Was kann ich hier machen? Das ist eine Belohnung. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen, die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Lurian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem Prinzlichen geblüht, weiß sicher, etwas damit anzufangen. Aha. Also, ich kriege es. Nee, er nimmt es. Toll, ich wollte ja immer schon eins haben. Vielen Dank. Auf diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Aha. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Nicht der Prinz Florian. Abzeichen könnt euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Bye, bye. Bye, bye. Hier drüben. Tschüssi, Kowski. Den Weg musst du mir nicht weisen. Es ist ein 2D-Spiel. Es geht von links nach rechts. Fallschirmmütze. Drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen. Und deinen Fall zu verlangsamen. Den Controller schütteln. Also Controller schütteln bringt nichts. Das funktioniert nicht. Okay. Oh. Easy. Tschüss. Weiter geht's. Was haben wir hier Schönes? Oh, sieh dich mal hier oben. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Ja, vier Stück. Also, wohin geht mir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Okay. Und jetzt haben wir alles schon abgeschlossen. Ui, da habe ich aber ein bisschen was verpasst, hä? Hoppala. Naja. Jetzt kann ich selber laufen. Einen Galopteros hält gar nichts auf. Roll, roll, Rolf. Wir machen den jetzt zuerst. Auf dem Rücken mancher großen Gegner kannst du sogar stehen. Aha. Hoppala. Okay. Sehr gut. Oh, guck mal. Das können wir als Ersatz mitnehmen. Das ist gut. Oder wir haben das direkt ausgerüstet. Okay. Dann haben wir halt den Benjamin Blümchen als Ersatz. Aber wie komme ich denn da runter? Ja. Oh, gute Frage, hä? I don't know. Wahrscheinlich mit einem Elefanten, ne? Bist du das Gefühl? Nimm den mal. Nee? Das geht nicht. Oh. Ja dann. Kannst du wieder das hier nehmen? Hoppala. Ah, guck mal. Nee, der macht sich kaputt. Schade. Ich dachte, der rennt jetzt da rein und macht alles kaputt. Leider nein. Ja, es ist ein Baum. Also, was hast du erwartet? Der Baum ist langweilig. Du bist langweilig. Ey. Was ist das? Wie er sich versteckt. Da kann man nicht runter, ne? Nee. Schade. Ach, shit. Ja, okay. Dann sind wir jetzt halt wieder Benjamin Blümchen und... Oder auch nicht. Okay. Ja, komm. Ähm. Kann ich denn da... Ah. I get it. Nee. Scheiße. Kann ich das vielleicht so machen? Warte mal. Nee, ich kann da... Ich will da draufhauen eigentlich. Geht nicht. Schade. Was stimmt denn nicht? Oh, shit. Ah. Aha. Jetzt aber. Zurück in den Fiebertraum. Ach, du heiliger. Okay. Ah. Nein. Komm, reit auf den Dingern hier. Sehr gut. Und weiter. Ja, nicht so gut. Und jetzt? Jetzt einfach weiter. Okay. Okay. Okay, okay, okay. I get it. Und jetzt der Wundersam. Wonderful. Dann werde ich wieder zum Benjamin Blümchen. Sehr wild. Exzellent. Ey. Und ein Wundersamen. Ja, drei gibt es hier. Okay. Ja. Wo war der denn? Oh. Eine Frage, hä? Naja. Nummer 8. Was ist das hier? Oh, da geht es ins Nix. Pelzblockade. Verschnaufpause. Was hast du so? In diesem Laden blüht jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Okay. Zusätzliche Münzen beim Besiegen von Gegnern. Die Anzahl der Versuche erhöht sich um 5. Im Paket sind Pilze günstiger. Ich will zu einem zufällig ausgewählten Aufsteller. Für 100 kriege ich einen Wundersamen. Aber ich nehme hier für ein, ähm, das Pilzab-Paket. Nummer 1. Dann hier so einen zufälligen Aufsteller. Okay, eine Pose von Mario. Gut. Noch einen. Ein roter Yoshi geduckt. Okay. Und dann nehmen wir hier mehr Münzen. Ein Stärkungsabzeichen. Andere Sab... Ah, das ist... Ach, shit. Das ist ein Abzeichen. Ja, okay. Ähm. Ja, ist okay. Komm gerne jederzeit wieder. Machen wir doch. Was ist hier bei der Verschnaufpause? Wahrscheinlich ist es keine Verschnaufpause, oder? I don't think so. Immer geradeaus. Habe beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Schnapp dir so den Wundersamen. Ja, aber... Ach so. Ich muss es erst aktivieren. Ja, war doch einfach. Das war die Verschnaufpause. Cool. Mal neunten Wundersamen. Reißt zusammen. Ah, das ist für Koop. Dann machen wir den hier noch. Den Roll, Roll, Rolf. Rolfi, mein Freund. Rolfi, mein Freund. Ui. Na dann. Roll. Oha. Sehr gut. Ach, scheiße. Oh. Dann geh mal wieder... ...rein da. Oh. Sehr gut. Hau drauf. Und zack. Oh yes. Das gibt schön viele Münzen. Sehr schön. Haben wir hier nochmal ein Benjaminblümchen. Nochmal. Oh, was ist jetzt los? Ei. Ja, hi. Sehr gut. Ah, shit. Ich komm nicht hoch. Scheiße. Ja, verkackt. Lass doch mal machen. Nein, das geht nur einmal. Warum kriegst du dich hin? Das geht doch. Scheiße. Naja. Wieder runter. Schade war's. Haben wir hier noch? Ah, nur ein paar Münzen. Nur ein paar Münzelchen. Aha. Schöne Reaktion. Aha. Hab ich 20, äh... 20 Leben sozusagen. Ei. Was ist das? Ah. Ne schöne Belohnung. Cool. Was ist denn mit dir los, Cooper? Wie komm ich da hoch? Hm. Gute Frage, hä? Wie komm ich denn da hoch? Scheiße. Naja. Ich weiß es nicht. Weg da. So, roll. Deiner Rolf. Hoppala. Komm, geh drauf da. Danke. Noch einmal. Oh, der Fiebertraum. Okay. Let's go. Das ist, äh... Wild. Oh shit. Was ist muss... Ah. Erb den Wundersamen. Ja. Super. Darf ich, äh... Na gut. Dankeschön. Oh, Münzen. Okay. So. Gib ihm mal den Klaps. Na shit. Ich hab natürlich hier nicht, äh... Ja, ist jetzt halt nur gut. Ist okay. Ja, der Rolf ist gerollt. Schön. Aha. Neue Challenge. Ist also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ähm... Wundermarkenmusik. Das machen wir noch. Komm. Das liegt noch drin. Sammle 100 Münzen und erhält sein One-Up. So. Äh... 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 Wollen wir die ganze Zeit so weitermachen, oder was? Ah. Na, das nenne ich ebenfalls Musik, ne? Ja, finde ich so cool, so eine kleine Abwechslung so für zwischendurch. Ja. Wuhuuu. Ja. Cool. Ich würde sagen, gehen wir zu dem Haus morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss, meine Lieben.